Momente, die jeder hier im Starstable absolut nicht leiden kann. Nummer 1. Wenn man nicht über das Hindernis kommt. Nummer 1. Wenn man irgendwo langreitet, wo man eigentlich hinwollte und sich dann doch verirrt hat. Nummer 1. Wenn man irgendwo langreitet, wo man eigentlich hinwollt, wo man eigentlich hinwollt, wo man eigentlich hinwollt, wo man eigentlich hinwollt. Nummer 1. Wenn man crushen, wo man eigentlich hinwollt. Nummer 2. Wenn man hier hinwollt, wo man eigentlich hinwollt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020